Das ist ja doch geschafft. Ich muss dir was sagen, was dir vielleicht nicht gefällt. Okay, was? Ich hab uns zwei Erster-Klasse-Tickets nach Island gekauft. Die heißen Quälen, die fantastischen, saftigen Hummer und die hinreißenden Bräute. Ehrlich gesagt, mag ich keinen Hummer. Dann ess ich auch deinen. Es tut mir ja leid, dass du Patty verloren hast, aber weißt du was? Das Leben geht weiter. Kurz-Schnabelgans mit karamellisierten Äpfeln. Kannst du dir eine Kurz-Schnabelgans vorstellen? Könnte schmecken. Ja, andere Länder, andere Sitten, das weißt du ja. Und warum seid ihr auf Island? Wir wollten wieder die Alten sein. Mitschwand, dass ich Aufheiterung brauche. Wieder so wie früher. Weißt du, wir sind hier mit Abstand die Ältesten. Was? Amerikaner! Wir müssen diese Leuchtstimme zum Leichten bringen. Das ist ein Leuchtstab. Was für ein gutes Gefühl, aus der Stadt raus zu sein, hm? Ja, und der Wildnis. Wäre es nicht viel besser, wenn wir nicht hier wären und... Glaubt mir, ohne euch wäre es kein gutes Foto. Einfach entspannt. Oh, das ist ja großartig. Komm mit, wir spazieren. Es ist dunkel. Ich hab doch diese Leuchtstäbe dabei. Komm schon. Wir haben das Hotel aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, warum ich mir auch nur ein Wort von dir anhöre. Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Land, holland. Oh, ja, 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 ja. We're a monster and we're searching. Land, holland. We're a monster and we face the unknown. Jetzt hat bloß das kein Spaß. Das ist ja großartig.